Dann gehen wir jetzt zu weiteren Positionen, die ich jetzt relativ schnell abhandeln werde. Da könnte man in die Details gehen, es ist nicht besonders aufregend, meines Erachtens hier in die Details zu gehen, darum mache ich das etwas schneller. Und zwar betrachte ich jetzt wieder einen großen zeitlichen Schritt, also ab den 1920er Jahren, also jetzt die letzten, was sind das, 90 Jahre oder sowas, also jedenfalls jetzt auch nicht mehr so heftig, der logische Empirismus und Popper, die werfe ich jetzt gerade, es sind zwei Positionen, wenn Sie noch nie etwas davon gehört haben, einfach zwei Positionen, also Popper ist keine Position, sondern ein Mensch, Karl Popper, Karl Popper und logischer Empirismus, so eine Sammelbezeichnung, da auch ein relativ heterogenes Zeug darunter ist, die waren einfach im 20. Jahrhundert, haben Popper das Hauptwerk 34 geschrieben unter logischer Empirismus, ab den 20er, aber auch 30er Jahren, also erste Hälfte 20. Jahrhundert. Und die schmeiße ich jetzt in einen Topf, obwohl die sich selber dann untereinander spinnefeind war, wenn Sie es von weiter draußen betrachten, finden Sie ja, das ist ja auch das Gleiche, aber das ist immer so im Politischen, je weiter man weg geht, desto ähnlicher sind dann Positionen, die sich gegenseitig bekämpfen. Also, und da sage ich Ihnen einfach von den Hauptthemen, die in diesen beiden Philosophien oder in diesen Familien von Philosophien behandelt worden sind, auch dort findet sich das wieder, was ich natürlich da suche. Und wenn Sie beispielsweise sehen, die Hauptthemen war die sogenannte Protokollsatz beziehungsweise Basissatzdiskussion. Die Protokollsatzdiskussion, das ist die Terminologie des logischen Empirismus oder des Wiener Kreises und Basissätze, hat sie Popper genannt. Das ist die Diskussion, darum, das sieht man bei Basis am deutlichsten, dass gesagt ist, in irgendeiner Weise haben die empirischen Wissenschaft zur Basis Sätze, die einzelne Fakten beschreiben. Und die Frage, wie diese Sätze aussehen sollen, was ihr Charakter ist, wie sicher sie sind und Ähnliches, das ist die Protokollsatzdiskussion im Wiener Kreis beziehungsweise die Basissatzdiskussion bei Popper. Und das weitere Thema, das hier ebenfalls reingehört, das ist die induktive Hypothesenvalidierung. Das wäre eine Terminologie, die auf den logischen Empirismus, also logischen Empirismus zutrifft, beziehungsweise die deduktiven Falsifikationsversuche. Das ist das Pendant der Sache bei Popper. Und da geht es darum, wie verhalten sich diejenigen allgemeinen Hypothesen, Gesetzeshypothesen, Theorien und Ähnliches, Modelle, wie verhält sich das zu den vorher genannten Protokollsätzen und Basissätzen? Die Protokoll- oder Basissätze bilden irgendwie die Basis für die Geltung der Wissenschaften und das bedeutet natürlich auch die Basis für die Geltung dieser allgemeinen Sätze, Hypothesen oder Theorien. Und die Frage ist, wie das funktioniert im Detail, wie also die Geltung von den Basissätzen sich da irgendwie fortpflanzt nach oben oder eben wie das Verhältnis ist von Theorie, so wird es manchmal auch gesagt, und Erfahrung. Also den allgemeinen Sätzen, das sind diese Themen, induktive Hypothesenvalidierung und deduktive Falsifikationsversuche. Das ist wirklich eines der großen Themen in beiden diesen Philosophien. Und das zweite große Thema, wenn man das jetzt so zusammenfasst, wie ich es hier mache, natürlich Interessen geleitet, dann sind das wissenschaftliche Erklärung und Prognose, insbesondere die wissenschaftliche Erklärung, ist exzessiv, extensiv diskutiert worden, ab den 40er Jahren, besonders von Karl Gustav Hempel, ein nach Amerika emigrierter deutscher Philosoph, der dann netterweise, die auch noch zusammengefasst hat, unter dem Titel wissenschaftliche Systematisierungen. Das ist natürlich wirklich wunderbar, dass das Wort hier auch vorkommt. Also, es geht um Erklärung und Prognose, wo man versucht hat, ein allgemeines Modell, das hat auch Popper gemacht, ein allgemeines Modell der wissenschaftlichen Erklärung in den Naturwissenschaften zu diskutieren und sich zu fragen, wie unterscheiden sich Erklärungen von Prognosen und ähnliche Dinge. Und wenn Sie nur diese Themen anschauen, dann sehen Sie, dass diese wissenschaftlichen Strömungen natürlich sich genau in dem Bereich bewegt haben, was die Systematisitätstheorie in Dimensionen 2, 3 und 4 abdeckt. Also, und dass der gute Hempel, das auch noch wissenschaftliche Systematisierung genannt hat, damit würde er noch leben, noch einen extra Ehrendoktor verdienen. Das ist natürlich wunderbar. Das sehen Sie einfach, es sind einfach diese Themen, die in den Dimensionen 2, 3 und 4 vorkommen, sodass man sagen kann, dass sich diese großen Richtungen der Wissenschaftsphilosophie problemlos einfügen lassen in die Systematisitätstheorie. Das sind Leute, die haben einfach besondere Aspekte herausgegriffen, die behandelt und dort jetzt in der Terminologie, die jetzt von dieser Theorie her nahe liegen würde, verfolgt, wie die Systematisierung dort funktioniert. So, und vor der Pause nehmen wir noch gerade Thomas Kuhn dran und da mache ich das auch nochmal ganz schnell mit einer einzigen Folie. Thomas Kuhn wird später nochmal auftauchen hier in der Vorlesung, weil ich ihn für andere Sachen nochmal brauchen kann. Thomas Kuhn hat ja seine berühmte Paradigmentheorie aufgestellt, wo es um die Entwicklung der Wissenschaften geht und die wissenschaftlichen Revolutionen, die zwischen diesen ruhigeren Paradigmen geleiteten Phasen sind. Da ist sehr viel darüber diskutiert worden. Brauche ich hier nicht darauf einzugehen, welcher Aspekt interessiert mich besonders. Natürlich der, den ich jetzt an die Systematisitätstheorie irgendwie anschließen kann. Später nehme ich noch einen anderen, aber hier nehme ich erstmal den, wo man nämlich sagen kann, wenn man ansieht, wie Thomas Kuhn die sogenannte normale Wissenschaft charakterisiert, also diejenige Wissenschaft, die von einem festen Forschungsrahmen ausgeht, von bestimmten vorbildlich gelösten wissenschaftlichen Problemen, die dann beispielsgebend sind für die nachfolgende Wissenschaft, dann kann man hier sagen, dort ist der systematische Charakter der Wissensvermehrung für diese Phasen besonders hervorgehoben. Also wenn Sie mit den Augen der Systematisitätstheorie die Kapitel von Kuhn über normale Wissenschaft lesen, sagen Sie, wunderbar, da erklärt er uns einfach, wie diese Dimension, welche ist es? Sieben, glaube ich, wie in dieser, nee, oder acht, wie diese Dimension funktioniert, dass also auf systematische Weise das Wissen vermehrt wird, das ist also, und ganz ohne die Terminologie von Systematisität, aber der Sache nach kann man sagen, passt das wunderbar in die Systematisitätstheorie hinein. Aber das ist jetzt sehr kurz und ich komme noch auf einen anderen Aspekt, wo man sozusagen Verbindungen schaffen kann, die dann in anderer Hinsicht produktiv sind. So, meine Damen und Herren, wenn Sie keine Fragen haben, in der Zwischenzeit komme ich jetzt zu Paul Feierabend, 1924 geboren in Wien, 1994 gestorben in der Schweiz, also ein Zeitgenosse von Thomas Kuhn, zwei Jahre jünger und zwei Jahre vor ihm gestorben. Also, Paul Feierabend ist berühmt geworden durch ein Buch, Against Method, das Sie in Wissenschaftstheorieveranstaltungen auch diskutieren können und in diesem Buch, Against Method und insbesondere der These, Anything Goes, die dort formuliert wird, ist er anscheinend ein Gegner der Methode, also sonst würde das Buch nicht heißen, Against Method, und das ist er auch, er ist ein Gegner der Methode, auf Deutsch heißt es wieder den Methodenzwang, das ist schon vielleicht ein bisschen irreführend, wie auch immer, er ist ein Gegner der Methode und Systematisität möglicherweise und anscheinend ein Befürworter von Beliebigkeit in den Wissenschaften, also dieses Anything Goes. So, das ist der Schlachtruf, mit dem er sehr berühmt worden ist, wenn Sie in der Literatur lesen, ja, und hier soll kein Anything Goes gelten, ist gemeint, ja, hier soll keine Beliebigkeit gelten und diese Beliebigkeit, die wird dann Paul Feierabend zugeschrieben, weil er diesen Slogan Anything Goes geprägt hat. Das ist eine Fehlzuschreibung, Feierabend hat etwas ganz anderes gemeint, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Also, zunächst mal, Feierabend ist gegen die wissenschaftliche Methode, deswegen eben Against Method, und er versteht darunter, das ist wichtig, bindende allgemeine Regeln der Wissenschaftsausübung. Also Regeln, an denen Sie sich in jedem Fall zu halten haben, wenn Sie auf angemessene Weise Wissenschaft ausüben. Und das ist kein Fantasieprodukt, sondern das ist natürlich in der Tradition von Descartes, wo Sie bei Descartes das wirklich finden, dass er sagt, ich beschwöre hier, dass ich niemals diese Regeln übertreten werde und nicht immer an diese Regeln halten werde. Das ist also das zumindest artikulierte Ideal der wissenschaftlichen Methode von Descartes und dann weiter natürlich zum Teil, zumindest in der Rhetorik von Wissenschaftlern, wenn auch vielleicht nicht immer in der Praxis, also in der Rhetorik von vielen Wissenschaftlern, in der Philosophie weiter aufgenommen worden und dagegen hat Feierabend etwas mit seinem, wie er es in seinem Buch formuliert, Against Method. Und seine Behauptung ist die folgende nämlich genauer, dass er sagt, wenn irgendjemand eine bestimmte Methode vorschlägt als wissenschaftliche Methode, dann kann ich in der Ich-Feierabend in der Geschichte der Wissenschaften immer Beispiele finden, die zwei Eigenschaften haben, dass sie erstens dieser wissenschaftlichen Methode nicht genügt haben, aber zweitens wissenschaftlichen Fortschritt gebracht haben. Also, ich finde immer Episoden der Wissenschaft, die wissenschaftlich fortschrittlich waren, aber nur unter Missachtung dieser Methode erzielt werden konnten. Und er behauptet, dass das für alle Vorschläge, die ihm jedenfalls bislang über den Weg gelaufen sind, für alle Vorschläge von Methoden der Fall ist. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Vorschläge, eben wie Induktivisten, die sagen, die wissenschaftliche Methode besteht darin, dass man erst vorurteilsfrei Fakten findet, also das, was die Wiener dann gesagt haben, Protokollsätze, und dass man von diesen vorurteilslos gefundenen Fakten, wenn man genügend hat, auf eine kontrollierte Weise Verallgemeinerungen macht, zu den allgemeinen Sätzen. Das ist die induktive Verallgemeinerung und das war die Vorstellung des Induktivismus, die seit dem 17. Jahrhundert bis ins 19. 20. Jahrhundert geherrscht hat. Das ist die wissenschaftliche Methode. Und bei Popper die andere wissenschaftliche Methode, beim kritischen Rationalismus, dass gesagt wird, nein, nein, man muss nicht von den Daten aus starten, sondern man startet mit irgendwelchen theoretischen Vorstellungen und testet dann diese theoretischen Vorstellungen an empirischen Daten, um zu schauen, was von diesen theoretischen Vorstellungen überlebt. Wie auch immer, es gibt noch andere Weisen, wie man wissenschaftliche Methoden konzipieren könnte, also dass man von der experimentellen Methode redet oder auch sehr viel allgemeiner von Methoden der kritischen Auseinandersetzung redet. Was Feierabend sagt ist, für jede vorgeschlagene Methode finde ich in der Wissenschaftsgeschichte Fälle, deren Fortschrittscharakter unkontrovers ist, aber die nur unter Missachtung dieser wissenschaftlichen Methode erzielt worden sind. Das ist der Kern, was er sagt, das richtet sich also wirklich gegen die bindenden Regeln. Er sagt, natürlich nicht, also natürlich nicht, weil er einfach ein verdünftiger Mensch war, in vielen Aspekten jedenfalls. Er sagt, natürlich nicht, Methoden gibt es überhaupt nicht, sondern selbstverständlich gibt Methoden als Daumenregel. Als Daumenregel verwenden die Wissenschaftler die und sagen einfach, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, sagen sie, dann machen wir es halt anders. Also das ist nicht geleugnet bei Feierabend, das ist sehr wichtig. Deswegen bedeutet dieses Anything Goes, bedeutet also relativ wenig, also relativ wenig in dem Sinne, das ist nicht so bombastisch, wie es im ersten Moment klingt. Es gibt einen Aufsatz von Feierabend, der das ganz klar auf den Punkt bringt, schon in der Überschrift, und der heißt, von der begrenzten Gültigkeit methodologischer Regeln. Das ist das, was seine eigentliche Message ist. Die Geltung methodologischer Regeln in den Wissenschaften ist immer begrenzt. Es gibt immer Fälle, in denen es sich lohnt, sich nicht an die Methode zu halten. Jetzt muss ich schauen, ob ich das noch auf den Folien habe, oder ob ich es nicht drauf habe, habe ich glaube ich nicht. Also von dort her muss man dann auch verstehen, was dieses Anything Goes, dieses hier, Anything Goes, was das besagt. Das besagt keineswegs, einfach alles ist beliebig. Das ist nicht die Meinung. Sondern das müssten Sie so verstehen, schreibt Feierabend auch explizit, man muss es halt lesen, wenn man es nicht liest und dann was anderes erzählt, sollte man es halt wirklich lesen. Also was Feierabend sagt, er stellt sich vor einen Dialog mit jemandem, der dieses Methodenbewusstsein der Wissenschaften verkörpert. Und daraufhin sagt ihm Feierabend, du mein Lieber, solche Methoden gibt es nicht. Dann kommt die Antwort vom anderen, doch, ich bestehe darauf, dass du mir eine Methode für die Wissenschaftsausübung angibst. Sagt Feierabend daraufhin, sorry, kann ich dir nicht geben, es gibt keine Methode für die Wissenschaftsausübung. Sagt der andere, dargestellt als ein Betonkopf, doch, ich bestehe darauf, dass du mir eine Methode der Wissenschaftsausübung gibst. Eine allgemeine, natürlich bindende Regel. Dann sagt Feierabend, entnervt und ironisch, damit das Gespräch endlich aufhört, okay, ich gebe dir eine. Anything Goes. Und der Grund ist jetzt der, dass er tatsächlich seinem Gesprächspartner eine allgemeine Regel gibt, die auch bindend ist und das liegt einfach daran, weil man sie nicht übertreten kann. Wenn sie die Regel bekommen, mach was du willst, dann können sie diese Regel gar nicht übertreten und sie ist allgemein. Also das ist die ironische Antwort auf einen, der etwas markant gesagt eine blöde Frage stellt und der kriegt von Feierabend eine blöde Antwort. Und das ist die Antwort Anything Goes. Also wenn man es etwas nüchterner sagt, die einzige Regel, die sich angesichts der realen Wissenschaften durchhalten lässt, als eine Regel der Wissenschaftsausübung, ist die Regel Anything Goes. Und ist einfach leer. Einfach keine Regel. Also so muss man das verstehen, das ist leider immer, immer, immer wieder missverstanden worden, als würde Feierabend einfach Beliebigkeit prägen. Davon kann überhaupt keine Rede sein, sondern er sagt lediglich bindende Regeln, die durchgängig gelten, die gibt es nicht in den Wissenschaften, sondern keine Regel ohne Ausnahme oder eben die begrenzte Gültigkeit der Regeln. Und das ist einfach formuliert in dem Slogan, wo man den Kontext mitdenken muss, eine ironische Antwort oder eine blöde Antwort auf eine blöde Frage, weil sie die Frage eine Existenzvoraussetzung macht, die Feierabend gerade bestreitet. Also das ist der Sinn der Sache und dann ist das Sache, das ist natürlich längst nicht so explosiv wie das Anything Goals und Postmodern und alles Mögliche, ist überhaupt dort nicht drin, sondern das ist einfach die These von Feierabend, die er in diesem Buch Against Method, auf Deutsch wieder den Methodenzwang von 76, zu belegen versucht. Galilei ist dort eines seiner Beispiele, wo er so weit geht, dass es sogar Situationen gibt, in denen man eine Art sozusagen Propaganda machen muss in den Wissenschaften und nicht nur rational argumentieren, sondern man muss eine Art Propaganda machen, so interpretierte er manche Dinge von Galileo, ist ihm dann auch widersprochen worden, spielt aber keine Rolle, weil er sagt, dass in manchen Dingen in der Wissenschaft man sozusagen nur über Propaganda überhaupt die Bereitschaft der Gegenseite erzeugen kann, sich auf etwas einzulassen. Also es gibt Situationen in den Wissenschaften, wo etwas so absurd aussieht von der Gegenseite aus, dass sie gar nicht anfangen müssen mit Argumenten, weil die Person einfach sagt, das ist einfach Käse und wo sie die Person aber nur dazu bringen können, sich sozusagen aufzumachen ein bisschen und sich einzulassen, indem sie dann im eigentlichen Sinn propagandistische Mittel verwenden. Die Person irgendwie über den Tisch ziehen. Sie kennen so Situationen vielleicht aus Beziehungsgeschichten, also natürlich nur von anderen Leuten, wo der andere, natürlich immer nur der andere, dermaßen verstockt ist, der kommt, also sie kommen einfach, sie rennen gegen eine Wand und sie müssen die Person erstmal bringen, sozusagen erstmal aufzumachen. Und das sagt Feierabend, das war in dieser Diskussion bei Galileo, weil der Wechsel eben den Galileo dort vorgeschlagen hat, so gewaltig war, dass sie sozusagen bei den anderen gegen eine Wand gelaufen sind und unter solchen Umständen ist es durchaus vernünftig, Mittel zu verwenden, die mit Argumentation wenig zu tun haben, weil sie was ganz anderes machen. Sie haben sozusagen kein diskursives Ziel, wo sie eine These irgendwie durchbringen wollen, sondern sie müssen die anderen erstmal dazu bringen, eine Sache anders anzuschauen. Und das kann sein, dass das eben nicht wirklich argumentativ geht. Also Feierabend geht dort sehr weit und die Beispiele hat eben eine immense Kenntnis auch von vielen Episoden in der Wissenschaftsgeschichte und seine These ist eben die, dass auch die vernünftigste Methodologie, die Binden der Regeln formuliert, eben an ihre Grenzen stoßen kann in bestimmten historischen Situationen. Das ist also der Kern der Sache und das ist natürlich eine hochinteressante These, die Feierabend dort aufstellt, die auch dann, leider hat er sozusagen das aufgeblasene Zeug dann mit Postmodern und sowas, viel mehr Wirkung gehabt, aber das ist natürlich eine wirklich interessante These, die Feierabend aufstellt und die er zumindest teilweise begründet in seinem Buch. Anything Goes ist also die ironische Antwort auf jemanden, der unbedingt eine bindende Regel für die Wissenschaftsausübung fordert. Die Allgemeinheit und die Geltung der Regel, also von Anything Goes, wird durch ihre Lehre erkauft. Und insofern ist es natürlich eine blöde Antwort, weil implizit jemand, der eine Regel dann verlangt, natürlich keine leere Regel will, sondern eine substanzielle, aber Feierabend sagt, es gibt keine substanzielle, dann gebe ich dir halt eine leere Regel. Das ist also hier der Hintergrund von Feierabend. Warum ist das alles interessant? Nun ja, das ist natürlich mit dieser strikten Ablehnung von Methodizität, ist das natürlich sozusagen so etwas wie Systematizität, das kommt dann auch so ein bisschen ins Schunkeln eventuell. Und es gibt noch andere Stellen, also das war jetzt sozusagen der große Spirit, den ich Ihnen jetzt genannt habe, und es gibt aber auch sehr spezifische Stellen, die so aussehen, als würden die so ein Projekt hier via Systematizitätstheorie wirklich unmöglich machen. Also wenn Feierabend beispielsweise sagt, 1993, Science has no common structure. Also die Wissenschaft hat keinerlei gemein, keine allgemeine Struktur, dann kriegt man so das Vorstellen, ja, das ist so ein Patchwork, das sind so einfach so zusammen, so Flicken, so ein großer Flickenteppich, ja, und mit Systematizität, das könnte da auch schief gehen. Aber man muss hier sagen, wenn man das genau anschaut, was Feierabend hier meint, dann meint er eine gemeinsame Struktur im Sinne von notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die die Wissenschaften und nur sie auszeichnen. Das ist ein relativ sozusagen harter Strukturbegriff, den er verwendet, das kann ich hier natürlich nicht zeigen, auf diesem, steckt natürlich nicht in diesen fünf Wörtern da drin, aber das können Sie sehen, wenn Sie anschauen, den Kontext. Er meint einfach eine gemeinsame Struktur, dass Sie sagen könnten, Wissenschaften und nur Wissenschaften erfüllen die folgenden notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Also sozusagen eine Definition von Wissenschaft wäre das, die jede Einzelwissenschaft dann erfüllt. Sie haben also da Bedingungen und die werden erfüllt. Das wäre dann eine gemeinsame Struktur und dort sagt Feierabend, das geht auch nicht. Sie können also die Wissenschaften weder auszeichnen, dadurch, dass sie eine gemeinsame Struktur hätten, es kommt gleich noch ein Zitat, also im Sinne von notwendigen hinreichenden Bedingungen. Es gibt keine gemeinsamen Methoden, die durch die Strikte eingehalten werden. Sie finden also dieses gemeinsame Element nicht. Und eben noch viel stärker, 1995, Science is a collage, not a system. Also dort wird es nochmal stark, also Collage, eben Fleckenteppich und kein System und das spricht natürlich mindestens gegen einen engen Systematisitätsbegriff, vielleicht auch gegen einen weiten. Also das ist jedenfalls hier sozusagen deutliche Ablehnung zu spüren gegen, man könnte fast sagen, alle Formen von Systematisierung der Wissenschaften. Also irgendwie das sozusagen ordentlich zu machen und Feierabend sagen, nein, das ist ein Moloch, die Wissenschaften. Das ist historisch unglaublich variabel, disziplinär extrem unterschiedlich und man findet einfach dort wirklich nichts sozusagen Gemeinsames, was diese Wissenschaften irgendwie zusammenhält. Gemeint ist hier allerdings, wenn man das genauer anschaut, dass kein Aufbau eines wissenschaftlichen Wissens im Sinne eines Systems möglich ist, also wirklich im Sinn von System, also mit obersten Sätzen und dann kann ableiten, sondern seine Vorstellung ist eher die, dass eben Wissenschaften ein Patchwork ist, so wie so ein Flickenteppich, wo die Flicken so irgendwie aneinander liegen und mehr oder weniger gut verbunden und manchmal unverbunden und sowas. Es gibt einfach keine wohldefinierten Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen der Wissenschaft, insbesondere keine Reduktionsbeziehungen, sagt er, das ist alles immer oberflächlich, wenn man das genau anschaut, ist alles viel komplizierter, ist alles historisch variabel und die Wissenschaften sind vor allen Dingen ein unübersehbarer, ein unübersehbarer Ozean von Verschiedenheiten. Das ist das, auch das große Pathos von Feierabend, das insbesondere in den späten Schriften immer mehr zum Vorschein kommt. Er sagt dann auch, es gibt einfach für die Wissenschaftsphilosophie da eigentlich gar nichts Allgemeines zu entdecken, das ist alles eine Illusion, es gibt keine allgemeine Methodologie, es gibt keine allgemeinen Dinge, deswegen ist Wissenschaftsphilosophie eigentlich ein ziemlich unnützes Unternehmen und Feierabend hat dann selber, obwohl er noch dann in Zeitschriften publiziert hat, Bücher geschrieben hat, aber das, was er mit Freude gelesen hat, war immer Wissenschaftsgeschichte. Er hat gesagt, die Vielfalt der Wissenschaften, wenn man wirklich was verstehen will von den Wissenschaften, muss man in die Vielfalt rein und muss in die Geschichte rein und muss dann historisch lernen und dann kriegt man sozusagen ein Gefühl für diese ganze Vielfalt und wenn man diese ganze Vielfalt kennt, dann verliert man sozusagen jede Lust, irgendwas dort abstrakt drüber erzählen. Also, das ist auch so ein Punkt, den Feierabend immer bekämpft hat, er hat gekämpft gegen die Abstraktheit, die natürlich in vieler Philosophie drin ist, wo er gemeint hat, dass diese Abstraktheit eben vielfach die Fülle des Konkreten, um das eigentlich geht, gar nicht einfängt, sondern dann leere Abstraktionen sind und damit ist einfach nichts zu holen und deswegen ist die Wissenschaftsphilosophie ein Unternehmen, dem er eigentlich gesagt hat, es hat eigentlich keine Zukunft. Es gibt einen sehr bösartigen Aufsatz und Vortrag, den er mal gehalten hat, wo er die verschiedenen wissenschaftstheoretischen Schulen mit Geisteskrankheiten verglichen hat und einfach gezeigt hat, die Diagnosen gestellt hat, also die einen sind katatonische Erstarrung und die andere jene, also macht er einen sehr schönen Katalog, hat er vorgetragen, ich glaube 1972 in Hamburg auf dem Deutschen Kongress für Philosophie, hat die etablierteren Damen und Herren der Wissenschaft, Herren damals ausschließlich nicht besonders begeistert, während Feierabend ja ein sehr bunter Vogel ist, eine interessante Autobiografie, der sich also mit Konventionen, das hat ihm gar nicht gefallen, war einfach ein sehr, 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 sehr eigenständiger, individueller, bunter Vogel. So, also das ist die Position hier, die also vor allen Dingen dieses Vielfältige, dieses Unregelmäßige, dieses historisch Wandelbare betont und natürlich dann gegen alles starre Strukturen, Methode oder sowas angeht und das war deswegen, Feierabend war tatsächlich rein biografisch Auslöser dieses Systematisitätsprojektes, es ist einfach so, ich habe in Zürich gelebt und gearbeitet und Feierabend ist 1980 nach Zürich gekommen, als Professor an der ETH und wir haben uns dann kennengelernt und ich habe sehr viel mit ihm zu tun gehabt und mir hat einfach diese ganze Sache, das ist natürlich hochinteressant, Sie merken, dass ich erzähle das durchaus mit Begeisterung, aber dennoch war die Schlussthese, die hat mich nicht überzeugt und die sage ich Ihnen jetzt von Feierabend und was jetzt damit zu tun hat. Also, Feierabend hat nämlich das Folgende gemacht, dass er aus der Abwesenheit der oder einer wissenschaftlichen Methode hat er gefolgert, dass damit auch die Sonderrolle der Wissenschaft aufgehoben sei. Also das Argument ist im Wesentlichen so, dass er sagt, warum werden die Wissenschaften so geschätzt und das wissenschaftliche Wissen, ja, weil man glaubt, dass das wissenschaftliche Wissen aufgrund eben einer besonderen Weise überhaupt erzeugt wird, nämlich durch die wissenschaftliche Methode und er sagt, ja, aber diese wissenschaftliche Methode, die gibt es ja gar nicht. Also ist das irgendwie mit der Sonderrolle der Wissenschaften auch nicht so weit her und er hat dann verschiedene in den späten 70er Jahren sehr radikale Konsequenzen. Daraus hat gesagt, ja, die anderen Kulturen, die müssen gleich behandelt werden wie die Wissenschaften, also Voodoo-Medizin und Astrologie und alles muss, alles ist alles gleich, denn es gibt überhaupt keinen Unterschied zu den Wissenschaften. Es sind alles kulturelle Produkte und das, was die Sonderrolle der Wissenschaften begründen soll, das existiert nicht. Also steht das alles auf der gleichen Ebene. Deswegen sollte es eben nicht nur, so wie er das sagt, dann die Trennung von Staat und Kirche geben, sondern auch die Trennung von Staat und Wissenschaft. Ja, und steht alles auf gleicher Ebene. Naja, das war also die Position, mit der er natürlich sehr viel Aufregung ausgelöst hat und er war natürlich auch ein Provokateur, der also auch Freude daran gehabt hat an der Provokation. Das ist ihm auch hier deutlich gelungen. Und jetzt wollen wir mal das Argument von Feierabend noch genauer anschauen, wie das aussieht. Das Argument sieht also folgendermaßen aus, aus der wissenschaftlichen Methode folgt die Sonderrolle der Wissenschaft. Also, das ist sehr plausibel, wenn man irgendjemand fragen würde, ja, warum wird die Wissenschaft eigentlich jetzt in der Politik sozusagen so hoch geschätzt und warum machen wir wissenschaftliche Ausbildung an staatlichen Hochschulen und Voodoo wird nicht an staatlichen Hochschulen gelehrt und Akupunktur, gut, Akupunktur mittlerweile auch, aber jedenfalls dieses Merk, Astrologie wird nicht gelehrt, warum nicht? Ja, die Wissenschaften sind halt was Besonderes. Ja, die sind besonders gut. Ja, warum sind die besonders gut? Ja, weil sie eben die wissenschaftliche Methode verwenden, das ist der Witz. Also, aus der wissenschaftlichen Methode folgt die Sonderrolle der Wissenschaft. Und jetzt ist es so, es gibt aber keine wissenschaftliche Methode, das ist nachgewiesen, also wissenschaftliche Methode im Sinne der strikte zu befolgenden Regeln, die brauchen sie auch für die Sonderrolle. Wenn das nur Daumenregeln wären, ja, da kann ja jeder kommen mit irgendwelchen Daumenregeln. Sie müssen schon sagen, das ist was Besonderes, weil die sich daran halten, das Pathos von Descartes, nie weiche ich davon ab und deswegen kriege ich die Wahrheit, weil ich eben verspreche, nie davon abzuweichen. Also, das ist diese Sonderrolle, die auf dieser, auf einer so verstandenen wissenschaftlichen Methode beruht und es gibt aber keine wissenschaftliche Methode und daraus folgt, die Wissenschaft hat keine Sonderrolle. Das ist im Wesentlichen der Schluss. Wenn man ihn so hinschreibt, findet man ihn womöglich plausibel und ich fand ihn also auch sicher 10, 15 Jahre eigentlich plausibel, aber irgendwas hat mir nicht gepasst, bis ich dann leider erst nach Feierabends Tod wirklich gemerkt habe, das ist ein glatter Fehlschluss. Das ist einfach ein ganz glatter, elementarer, logischer Fehler, wenn ich das so scharf sagen muss. Er verwechselt nämlich eine hinreichende Bedingung für Wissenschaftlichkeit mit einer notwendigen Bedingung. Also, was er hier angibt, wissenschaftliche Methode, wenn das daraus folgt, ist eine hinreichende Bedingung für die Sonderrolle der Wissenschaft. Wenn Sie diese hinreichende Bedingung wegnehmen, folgt natürlich nicht logisch daraus, es gibt keine Sonderrolle, denn für die Sonderrolle könnte es ja ein anderes Argument geben als das. Und wer also behauptet, dass aus der Nicht-Existenz der Sonderrolle, aus der Nicht-Existenz der wissenschaftlichen Methode, die Nicht-Existenz der Sonderrolle folgt, der macht einen logischen Fehler, und zwar einen ganz elementaren, logischen Fehler. Also, wie gesagt, ich habe das selber ewig nicht gemerkt, am Schluss habe ich es dann doch gemerkt. Also, ich habe immer gemerkt, was passt mir nicht an dem Ganzen, aber ich hatte das nicht gemerkt, dass es wirklich schlicht ein logischer Fehler ist, der hier passiert. Und man kann das eben so sagen, aus der Tatsache, dass es keine wissenschaftliche Methode gibt, die die Sonderrolle von Wissenschaft bewirkt, folgt natürlich nicht, dass es keine anderen Eigenschaften von Wissenschaft gibt, die die Sonderrolle bewirken. Das ist einfach nicht ausgeschlossen. Und das ist nicht diskutiert und kommt gar nicht mehr in den Blick, in dem Moment, wo ich mit dem Wegfall der Methode die Sonderrolle auch wegwische, weil ich die Frage dann nicht mehr stelle danach, ob es sie gibt. Und das ist natürlich einfach ein Fehler. Und deswegen kann man sich sagen, okay, ich nehme die Argumente von Feierabend ernst, aber stelle mir dennoch die Frage, ob es nicht andere Aspekte gibt, die möglicherweise eine Sonderrolle von Wissenschaft begründen würden und verständlich machen würden. Das ist also zunächst sozusagen das Programm, das man hieraus ableiten kann. Man kann sich fragen, so, was haben wir denn dann für Kandidaten? Und dann kann man sagen, wir nehmen aber den ersten Teil von Feierabendskritik ernst. Er macht ja nur eine falsche Schlussfolgerung draus, aber die Prämissen sind sehr, sehr ernst zu nehmen und das bedeutet, wenn man die ernst nimmt, dann dürfen diese Eigenschaften nicht methodischer Art sein. Also man darf sich nicht beziehen auf irgendwelche Methoden, die durchgängig gelten würden, weil man dort, also wenn man das ernst nimmt von Feierabend, die Fälle, die er durchgespielt hat und auch sonst, wenn man sich mal einlässt in diese Vielfalt der Wissenschaften, dann ist das schon ziemlich plausibel, dass es wirklich nichts gibt, was sich überall zu allen Zeiten in den guten Wissenschaften durchgehalten hat. Irgendwelche Arten von methodischen Vorschriften. Auch wenn Feierabend das natürlich nicht für alle Denkbaren gemacht hat, aber man kann schon, wenn man sich eben einlässt in diese Vielfalt, dann kann man schon sagen, das kommt mir schon sehr unplausibel vor, dass es da irgendwas Allgemeines gibt, was diesen riesigen wilden Haufen von verschiedenen Wissenschaften über die vielen Jahrhunderte wirklich sozusagen immer und gemeinsam begleitet, dass irgendwelche Substanz hat. Also das ist wirklich nicht besonders chancenreich. Also man wird also das eventuell aufnehmen und wird sagen, okay, da muss man also vorsichtig sein, wenn man diese besonderen Eigenschaften sucht, dann dürfen die, müssen die von vornherein konzipiert sein, angesichts dieser unglaublichen Fülle von diesen weiß nicht, zehntausend mittlerweile Subdisziplinen, die sich da entwickeln unter den unterschiedlichsten historischen Bedingungen. Also das wird man sich erst mal abschminken müssen. Und das Zweite ist, dass man nicht hoffen kann, wenn man dieses Argument, dass die Wissenschaften keine gemeinsame Struktur haben, in diesem Sinne von notwendigen und hinreichenden Bedingungen, dass das schwächer sein muss, was man da formuliert, also an dieser möglicherweise Eigenschaften von Wissenschaften, das nicht dazu führt, dass man zu notwendigen und hinreichenden Bedingungen zur Wissenschaftlichkeit kommt. Auch das ist zu stark, auch dort scheint die Feierabendkritik, also wirklich, die ist natürlich nicht durchgeführt, es gibt ja keinen Beweis, dass es sowas absolut nicht geben kann. Aber wenn man eben sich einlässt auf diese Vielfalt der Wissenschaften und schon das, was Feierabend mit seinen Argumenten in den speziellen Fällen hat aushebeln können, dann wird man da womöglich nicht besonders optimistisch sein. Und die Frage ist, ob man jetzt hier sozusagen mit diesen Randbedingungen, ob es dann überhaupt noch irgendwas gibt, was man einigermaßen sagen kann, was dann irgendwie vernünftig sein wird oder vernünftig ist. Also das Ziel wäre, nach solchen anderen Eigenschaften von Wissenschaft zu suchen, die die Sonderrolle irgendwie begründen, aber eben nicht methodische und nicht notwendige und hinreichende Eigenschaften. Und genau das versucht die Systematisitätsthese. Sie versucht genau diese Kritik, also dort, wo die Kritik von Feierabend ernst zu nehmen ist, sie aufzunehmen, den ganzen inhaltlichen Teil oder die inhaltlichen Teile, die falsche Folgerung, daraus folgt keine Sonderrolle, zu streichen und zu sagen, so, jetzt schauen wir uns das mal an. Und das versucht die Systematisitätsthese eben insofern, dass sie bereits eine Verallgemeinerung von Methodizität ist. Dass das feierabendsche Argument natürlich nur eine eng verstandene Methodizität trifft, Methoden als strikte zu befolgenden Regeln, das muss aufgegeben werden, also man lässt dies erstmal fallen und geht dann nochmal, noch einen Schritt weiter in der Verallgemeinerung und nimmt Systematisität. Also System, sagte ich schon mal, Methodizität ist generell der Spezialfall von Systematisität. Also man verallgemeinert dort und ist deswegen diesen scharfen Schuss von Feierabend gegen diese speziellen Methoden, die ausnahmslos gelten, strikt zu befolgen sind, das sagt man, da muss, das muss man rausnehmen und muss verallgemeinert zu einem, zu einem weiteren, weicheren Begriff sozusagen. Und das Zweite ist das, dass über diese Konzeption, die da entstanden ist durch den, durch den Systematisitätsbegriff, dass es diese Familienähnlichkeiten gibt, das ist dadurch zwischen den verschiedenen Systematisitätsbegriffen, die Familienähnlichkeit zwischen denen, produziert die Familienähnlichkeit zwischen den verschiedenen Wissenschaften. Und das führt dazu, dass es automatisch keine, also fast automatisch durchgängigen gemeinsamen Merkmale der Wissenschaften gibt, also keine gemeinsame Struktur. Also sozusagen Feierabend macht hier sozusagen einen Wall, in dem man sagt, es darf nicht rauskommen, wenn ihr alle Wissenschaften miteinander betrachtet, dass da gemeinsame notwendige und hinreichende Bedingungen sind und man kriecht sozusagen unter dem Wall durch, in dem man sagt, die suchen wir gar nicht, sondern wir suchen den Zusammenhang von den Wissenschaften auf eine, auf andere Weise, nämlich in Form von Familienähnlichkeiten. Und das sozusagen, das kann man natürlich als Programm machen. Hier ist es so, wenn man, so wie ich es eben versucht habe, das scheint mir eben nah wie vor der beste Weg zu sein, dass man eben über eine Diskussion des Systematizitätsbegriffes, und wenn man eben versteht, wie dieser Begriff funktioniert, so ähnlich eben wie Verfeinerung oder epistemische Vernetztheit, dass das so ein Begriff ist, der eben seine Konkretheit erst auf der, in bestimmten Dimensionen, also in bestimmten Kontexten bekommt und deswegen er eben keine solche, so eine Struktur generiert, von der Feierabend sagt, sie sei unangemessen. Das liegt an der Natur dieses Begriffes, der ist eben bestens geeignet, um diese Art dann des Zusammenhangs der Wissenschaften und womöglich eben auch Sonderstatus der Wissenschaften zu generieren, ohne dass er da in die Feierabend'schen Gegenargumente reinläuft. Das ist eben, das passt eben haargenau dort rein, wie der Begriff der Systematizität dort funktioniert. Ja, das ist jetzt der Abschluss dieses Kapitels. Die Idee war, wie gesagt, bei den Leuten, von denen man sagen kann, dass sie sozusagen in einem breiten Strom von Methode und Systematizität sich befinden, also ich habe jetzt nur vier oder fünf genannt, dass man die sagen kann, die haben Spezialfälle diskutiert für die Systematizitätstheorie, angesichts einer ärmeren Realität, die sie haben einfangen müssen. Insofern ist es befriedigend, wenn man eine reiche Realität, so wie sie im Jahr der Wissenschaften, so wie sie im 21. Jahrhundert besteht, die man dann mit einem weicheren Begriff, umfassenderen Begriff fassen kann, mit dem der Systematizität, wo die anderen also gut Platz haben und der, den ich behandelt habe, der hier sozusagen Gegenpol des Projektes ist, dass man dessen Argumente, die substanziellen, richtigen, historisch angemessenen Argumente ernst nimmt, aber ihnen dann unterläuft, indem man zeigt, du hast etwas übersehen, wo ich sozusagen unterhalb der Barrieren, die du aufmachst, sozusagen unten durchkriechen kann und das geht eben insbesondere dadurch, dass ich auf der einen Seite den Begriff der Methodizität abschwäche und auf der anderen Seite mit diesem Begriff der Systematizität eben in den Bereich der Familienähnlichkeiten komme und deswegen seinen Verbotstafeln bezüglich Struktur unter denen sozusagen durchkrieche. Also das passt hier genau drauf, auch das ist natürlich ganz befriedigend, dass man sagen kann, der Feierabend hat wirklich mit entscheidenden Punkten Recht gehabt, nur die eine Folgerung ist nicht in Ordnung und genau die ist ja der Gegner dieser Theorie, die Folgerung nämlich, dass Wissenschaften einfach ein kulturelles Wissensunternehmen ist wie so viele anderen Wissensunternehmen und da wird hier gesagt, nein, der Unterschied ist der, dass Wissenschaft eben systematischer ist in dem, wie sie das Wissen erzeugt und in den Aspekten des Wissens und insofern sich eben wirklich unterscheidet von den anderen Unternehmen, aber gleichzeitig die Argumente, die Feierabend hat, aus der riesigen Diversität der Wissenschaften und ihrer historischen Entwicklung, aber ernst genommen werden und das Ding hier nicht zum Scheitern bringen. Also das ist die Idee und so hängt der Feierabend da mit drin, der hängt also eben auch biografisch mit diesem Projekt mit drin, weil ich das dem Feierabend eben nie wirklich abgekauft habe dann, dass das wirklich stimmt, dass die Wissenschaften einfach irgend so ein Unternehmen sind wie Religionen und Geistheilen und was es sonst noch alles gibt, das war mir immer unplausibel und das ist die Antwort jetzt auf ihn. Leider kann ich ihm das Buch nicht mehr um die Ohren hauen, aber so ist das nun mal. So, das schließt das Kapitel 4 ab, mit dem jetzt die Theorie sozusagen ausreichend formuliert sein sollte, dass man weiß, was diese Theorie behauptet und der nächste Schritt ist jetzt, was auch in der Philosophie sozusagen ein ganz normaler Schritt ist, dass man sich fragt, was hat denn das alles für Konsequenzen, dass man dann sagt, jetzt habt ihr hier also sozusagen eine Theorie für einen großen Bereich und bezüglich dieses Bereichs hat man auch noch andere Fragen, die man an den Stellen möchte, wie geht denn das und wie geht jenes und dann kann man natürlich eine Theorie testen, also nicht nur testen, sondern auch mal schauen, was sagt die denn, vielleicht sagt die irgendwas Interessantes über andere Aspekte von Wissenschaft, die bislang nicht diskutiert worden sind und das ist die Idee von dem jetzt folgenden Kapitel. So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.